Aha, schon wieder eine Aufnahme von Red Steel 2. Ich denke mal, wir hören uns jetzt einfach mal den Auftrag an, den wir am Ende des letzten Parts, beziehungsweise am Ende der letzten Aufnahme gehört haben. Achtung! Verdammt! Ich muss gehen, Kleiner. Diese Stadt ist fertig. Im Zugdepot steht noch eine alte Dampflok, falls du Interesse hast. Sayonara fürs Erste. Ja, er will uns verlassen. Son-Gun will weg. Das finde ich jetzt nicht so toll. Du bleibst hier! Toll, das schüttelt er schon mit dem Kopf. Das finde ich jetzt nicht toll. Wir gucken einfach mal nach, würde ich sagen. Was wir hier denn so alles haben? Erwartetes Leben. Das haben wir ja schon alles voll, ne? Ist ja langweilig. Oder kann man das noch verbessern? Nein, kann man nicht. Gut, wir haben noch 19.000 Dollar. Extra Leben. Pik Ass für 15.000, Karo Ass für 20.000, 25.000. Oh, 30.000. Nehmen wir natürlich das für 30.000, was wir uns nicht leisten können, ne? Das ist mit 25% wieder Anfang, wenn wir mal sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schlau ist, das jetzt zu holen. Ich meine, wir können erst mal gucken, was Rüstung so ist. Rüstung haben wir ja bestimmt noch irgendwas günstiges. Haben wir schon. 60.000, 40.000. Haben wir auch schon. Äh, pfff. Ja gut, das können wir uns nicht leisten. Also holen wir uns ein Extra Leben. Das ist ja toll. Eigentlich habe ich gesagt, das ist ein bisschen cheaten. Ist es an sich fast auch. Meiner Meinung nach zumindest. Aber gut, wenn Sondgan uns jetzt verlässt, wer weiß, wann wir das nächste Mal in einem Extra Leben rankommen. Und wer weiß, ob ich überhaupt noch meine Skills besitze. Nein, besitze ich auf keinen Fall. Gegner zu töten. Naja, gucken wir einfach mal nach. Er hat ja gesagt, in der Mine, ne? Ist ja ein Zug. So, guck mal hier hinten. Achso, hier hinten waren wir schon. Ah, das ist schon wieder so lange her. So. Money, money, money. Äh, hier weiß ich noch. Achtung. Hoppala. Äh, hä? Ey. Ich habe ein Loch in die Luft geschossen. Das kann außer mir keiner brauchen. Äh, hallo? Also muss ich jetzt echt mal sagen, die, äh, ist ja jetzt wohl ein bisschen fail, ne? Was ist denn das schon wieder so im Depot? Das wäre geil. Äh. Ähm, okay. Die erste Nebenquest, die wir mal eben so gemacht haben. Ähm. Ne, in dem Fall laufe ich nochmal zurück nach Zongan. Ich glaube, für 20.000 könnten wir uns doch irgendwas holen, ne? Wie, wo? Was zum? Wisst ihr was? Ihr nervt mich. Wollte ich nur mal so sagen. So, stürm. Ja, da guckst du. So, noch ein bisschen Kohle abgegriffen. Alter, an sich kann man hier ganz schön viele Kohle abgreifen, indem man einfach nur so wild durch die Gegend ballert. Und wild durch die Gegend ballert macht Laune. Kann man das hier jetzt eigentlich mal... Man kann es tatsächlich öffnen. Wieso ging das beim letzten Mal nicht? Was haben wir denn dann überhaupt hier unten? Was ist das denn? Bringe Sonngans Eigentum zurück. Ach, äh, ja gut. Wenn wir eh schon hierbei sind, dann, äh... Gut, jetzt wissen wir zumindest, äh, überall da, wo es runter geht, da ist Sonngans Eigentum. Das heißt, da können wir Kohle schnappen. Und Muni. Oh, und Kohle. So, mach uff die Tür. Oh, Alter. Ich glaub, für das Geld, da können wir uns dann doch schon mal ein bisschen Rüstung holen, weil, soweit ich weiß, sind die Minen nicht ohne. Vielleicht hab ich den Fernseher ein bisschen laut, aber das ist mir grad scheißegal. Oh, mir macht Spaß. Oh, wir sind ja auf der Kiste. Äh, da ist eine Tür. Das ist ein paar Äppel. Was ist denn hier hinter? Okay. Okay, wir haben etwas Geheimes gefunden. Eine Tür hinter einer Kiste. Wow. Äh, mit nem Auto drinnen. Mit einem Auto drinnen. Hallo? Ähm, ich sag mal nix, ne? So, nachladen bitte und sonst noch irgendwas. Oh. Ich dachte, hier wär nochmal irgendwas von Sonnen dran drinnen, aber irgendwie hab ich das Gefühl nicht. Es sei denn, das Auto müssen wir irgendwie da rauskriegen. Aber ich glaub, das wird ein bisschen schwer. Gut. Ähm. Also bleiben wir doch noch ein kleines bisschen in Blackrock. Tut mir leid, wenn ihr euch jetzt schon gefreut habt, dass wir jetzt in diesem Part in die Minen gehen. Werden wir wahrscheinlich auch. Weil, äh, das ist ja wieder eine Aufnahme-Session. Das heißt, äh, so eine Stundenaufnahme oder so. Aha! So. Meine Steckbriefe müssen nicht überall in der Gegend rumhängen. Das find ich nicht korrekt. Ich darf nämlich auch nicht rumhängen. Und hier müsste dann ja schon das nächste von Sonnenganz-Sachen sein. Rein theoretisch. Also wenn das so einfach ist, dann machen wir das auf jeden Fall noch fertig. Weil ich meine, äh, 20... Kriegen wir 20.000 oder 10.000 dafür zurück? Bin mir grad nicht sicher. So, noch ein bisschen, ne? Da ist ja schon das nächste. So. Kaputt. Äh, was genau ist das eigentlich? Laten wir nach. Zum Glück kriegen wir ja immer Munition hinterher. Das sieht aus wie... Ach, das ist ein... Ah, okay. Ein Geldbeutel. Toll. Ein Geldbeutel. Wieso behalten wir die Geldbeutel nicht? Wenn die voll sind, ist doch geil. So, jetzt müssen wir an sich nur noch das letzte finden. Ja, meine Muni ist wieder. So. Und das letzte wird ja nicht so weit entfernt sein, oder? Ja, ich schieße gerne mit der Pistole. Irgendwas dagegen. Oh, das letzte dürfte eigentlich nicht so weit weg sein. Hier oben irgendwas. Außer ein Schau... Okay. Also, ich merke gerade, hier in dieser Geisterstadt, da kann man doch schon viel, 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 viel Kohle abstauben. Hm. Gefällt mir. So, hier irgendwas? Ne, hier waren wir auch schon. Ich will da nicht. Danke. Äh, Sonngan, Sonngan. Was hast du getan? Hier waren wir auch schon. Ja, hier waren wir auch schon. Äh, oh. Oh, daneben. Bin ich schlecht? So, Geld. Nur 500 Dollar, das ist doch... Also, wenn das im echten Leben auch so wäre, ne? So ein bisschen... Ah, so ein bisschen rumgeballern und dafür auch noch Geld kriegen. Geil. Hä? Raff ich nicht. Hier kommen Gegner, oder? Hier muss doch irgendwo der zweite Unter... Schlupf sein. Ich weiß es doch, ich hab den noch... Also, in der letzten Aufnahme hab ich's doch gesehen. War doch fast direkt am Anfang, oder? Ah, ja. Okay, wir sind auch auf der falschen Seite. Da kann man auch hoch. Ich meine, da oben waren wir doch schon mal, oder? Äh, ich glaube ja, aber das... Ach stimmt, das Geld kriegen wir ja gar nicht, weil wir gar nicht in der Nähe stehen. Äh, bin ich doof. Äh, raus können wir auch nicht. Äh, kommt man hier rein? Ne. Nee, nee, kommt man nicht. Ach, hier könnte man rein. Das geht ja tatsächlich. Ich bin grad begeistert. So, und hier ist was? Ach so. Ja, hier waren wir schon. Das ist der Saloon, in dem wir... Ja, okay. In dem wir, äh, durch das Fenster gestiegen sind. Um es mal nett auszudrücken, ne? Okay. Was? Bitte? War da was? Ich hab nix gesehen. Ach, da ist... No, bin ich blöd. Hm. Ja, ich bin doof. Gebe ich zu. Ich bin doof. Oh. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, ne? So. Alles plündern hier, weil... Kohle? Neh mal. Neh mal alles mit Songans Eigentum. Dankeschön. Sollen wir das jetzt auch wirklich zu ihm hinbringen? Nö. Taschen voller Geld. Ach so. Deswegen hieß die Mission so. Ah, gut. 20.000 mal eben so. Ich denke mal zu Sonja können wir trotzdem nochmal. Oder wir gehen zu Sheriff Schradt und verbessern mal ein paar unserer Waffen. Na dann. Gehen wir mal zu Jannis Shop. Und... Versprochen. Danach gehen wir. Es sind ja gerade mal acht Minuten noch um. Danach gehen wir in die Min. So. Gibt's hier noch Longarm Munition? Twin Battle. Longarm. Erstmal die Longarm. Nachladezeit. Jo. Nehmen wir. Feuerrate. Man schießt die schnell, ne? Präzision ist wichtig. Feuerrate ist auch wichtig. Querschläger ist eigentlich nicht so wichtig. Könnten wir uns auch gar nicht leisten. 45.000. Ein bisschen viel. Was könnte man bei der? Feuerrate und Nachladezeit. Nachladezeit wäre hier vielleicht nicht schlecht, ne? Panzerbrechen. Och, da will ich hinkommen. Das ist so geil. 18.000. Gut. Nehmen wir. Feuerrate. Kugeldichte. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal. Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass die Waffen immer anders aussehen, je weiter man sie aufbessert? Ist euch das mal aufgefallen? Hä? Hä? Feuerrate. Nehmen wir. Und jetzt sind wir wieder pleite. Seht ihr? Die Longarm, die sieht jetzt richtig Hammer aus. Yay. Das ist ein Ding, hä? So. Gut. Oh, ich hab meine ganze Kohle ausgegeben. Aber dafür haben wir jetzt geile Waffen. Also wirklich geil. Das nächste Mal, wenn wir die Waffen immer aufbessern können, werde ich mal versuchen, so offscreen ein bisschen Kohle zu sammeln. Damit wir dann die besten Waffen überhaupt kriegen. Weil ab jetzt wird's richtig heftig. So viel darf ich schon mal verraten. Denn ab jetzt wird's wirklich richtig, richtig heftig. Ihr habt ja im letzten Part, war das glaube ich, habt ihr ja gesehen, den Katakara Shane-Dunner. Sagen wir es mal so. Die Viecher, also ich sag mal Viecher, weil das sind für mich keine Menschen mehr. Auf die werden wir noch ein paar Mal stoßen. Und das Problem ist, die werden nicht alleine sein. So wie beim letzten Mal. Aber egal. Soll ich mich verarschpülen? Ähm, okay. Darfst du die Tür aufmachen, ne? Hallo? Hä? Also Gegenhauen bringt nichts. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe das mal einer. Wieso geht denn die Tür nicht auf? Die Tür geht nicht auf. Äh, okay. Wir sind weiter hier gefangen, oder wat? Haben wir noch irgendwas zu tun, oder wie? Hoff ich jetzt nicht. Äh, hallo? So, ganz kleines bisschen Kohle, ne? Nein, ich bin nicht geldgeil. Quatsch. Äh, vielleicht nochmal zu Sonnengang? Irgendwas stimmt da jetzt auf jeden Fall nicht, weil... Normalerweise müsste die Tür da aufgehen. Nochmal vorbei. Haben wir erledigt. Was ist das? Ach, die Steckbriefe. Ich muss gehen, klar. Ja, wissen wir. Gut. Ich will hier eigentlich auch ehrlich gesagt nur noch weg. Aber wenn es nicht funktioniert, dann, äh... Ja, dann ist scheiße, ne? Ich muss ja echt sagen, das Spiel ist zwar richtig hammergeil, aber es gibt so viele Bugs und Glitches in dem Spiel. Mit Bugs könnte es eventuell sogar irgendwann noch sein, dass wir einfach mal durch den Boden durchfallen. Und dann muss ich das ganze Spiel nochmal neu machen. Also, ähm... Das hatte ich zumindest beim ersten Mal durchspielen, zweimal. Aber an verschiedenen Stellen. Deswegen, äh... Kann man das nicht wirklich als Bug sagen. Das ist, äh... Das passiert einfach. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier, oder wat? Äh... Joa, die Tür geht nicht auf, ne? Das ist jetzt echt scheiße. Wie lange nehme ich jetzt auf? Zwölf Minuten, noch was. Ähm... Vielleicht muss man alle, äh... Dings fertig machen. Alle, äh... Missionen. Wie viel hätte ich denn dann eigentlich noch? Missionen? Kann man das irgendwo nachgucken? Nee, kann man nicht. Das war doch irgendwo... Moment. Ja, da... Wir wollen ja raus, aber... Ja, da fehlen noch zwei Steckbriefe. Erkunde den Tunnel. Ist doch alles gut. Hä? Verstehe ich nicht. Gut, dann gucke ich halt nochmal, wo meine zwei Steckbriefe sind. Aber trotzdem raffe ich es gerade echt nicht. Das muss mir echt mal einer erklären. Wieso zur Hölle kommen wir da in die Minen nicht rein? Ach, hier kann man rüberspringen. Da waren wir doch schon mal. Klar. Da haben wir doch, äh... Die Toke da runtergeballert. Nee, runtergeballert. Wir haben den Kran kaputt gemacht. Genau so war das. Äh, ja. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Dass wir nicht in die Mine reinkommen. Weil, ihr habt ja gesehen, äh... Das ist jetzt wirklich doof. Ich wollte jetzt wirklich in die Minen. Aber ich darf nicht. Nicht, weil das Spiel sagt... Nööööö. Das, das ist, äh... Nee. Also das, das darf an sich nicht passieren. Ach, aber ich will da mal keinen Vorwurf machen, ne? Ich meine, äh... Ganz im Ernst? Ich hätte es auch nicht besser hingekriegt. Äh... wohl eher das Gegenteil davon. Aber, so. Wo sind denn jetzt die letzten zwei Steckbriefe? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Weil ich, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass wir vielleicht alle Missionen fertig machen müssen, aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil... Ja, ich weiß nicht. Gut, hier haben wir schon alles abgegrast. Hier sind keine Steckbriefe. Ah, das finde ich jetzt... Äh, das... Schreibt mir mal in den Kommentaren, also habe ich irgendetwas falsch gemacht oder bin ich wirklich zu blöd oder ist das Spiel einfach nur gegen mich wobei das zweite könnte ziemlich häufig vorkommen oh ja mal gucken ob hier oben noch irgendwas ist ey die Kohle liegt hier oben immer noch oder was ich merke auch gerade hier ist noch ein bisschen mehr als hab ich den wirklich vergessen wieso vergesse ich den Kohle ich bin auch sonst immer so geldgeil das gibt es nicht ey wieso kommen wir nicht in die Minen das muss mir mal ich bin gerade echt am rätseln wieso ich nicht in diese verdammten Minen reinkomme das ist schlimm Sekunde mal ich habe keine Ahnung ja das einzige was ich noch machen kann ist mich ein bisschen umgucken aber hier ist auch nichts na gut versuchen wir es noch ein letztes Mal äh ich würde sagen der Part wird etwas länger wenn 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 ja wenn jetzt nichts passiert weil ich glaube dann muss ich den Part beenden also die Aufnahme und dann muss ich wohl oder übel das ganze Kapitel nochmal machen und das wäre dann nicht so toll oder kann man hier noch irgendwas anballern nö nö kann man nicht nö nö kann man wirklich nicht so jetzt kommt's ich fühle mich verarscht von dem Spiel ohne Witz das ist nicht mehr schön du Lampe musst dafür sterben wow ein regenerierbares Loch oh der ist kotzt mich gerade echt an oh was soll ich machen Leute sagt was schreibt was in die Kommentare was soll ich tun ich schätze mal ich muss das ganze Kapitel neu machen das heißt ich lade eventuell das Spiel nochmal neu mal gucken wird hier wieder gespeichert wenn ich reingehe ich hoffe weil dann beende ich hier den Part und lade nochmal neu wenn ich jetzt wieder rausgehe bitte sagt dass er bitte sagt dass er speichert beim besten Willen bitte sagt dass er speichert ach ne ansonsten hat er in den Minen glaube ich vorhin gespeichert ich glaube ja speichern fick dich ja ähm schöne Scheiße schöne Scheiße nochmal in die Minen weil ich glaube hier wird gespeichert wenn man hier lang geht hopp nö wird's nicht gut dann bleiben wir hier vor dem Tor des Zerstörers stehen ja dann muss ich hier wohl den Part wohl über wohl oder übel beenden auf jeden Fall sage ich tschüss und bis dann irgendwann euren GLP bye ne ja dann los Vielen Dank.